Zeig dich nochmal Oh nein Ha 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 Schöpfer zu, dass du die so lustig Yo Was geht ab Leute und herzlich willkommen euch zu einem neuen Video. Freunde, viele haben sich auf jeden Fall gefragt, was aus den Hunden geworden ist, denn Angelina und ich wollten uns auf jeden Fall einen Hund kaufen. Was daraus jetzt geworden ist, ich möchte euch ein bisschen auf den Laufenden halten, denn wir sind heute bei einem Hunde-Züchter und ich lasse einfach sie selbst Leute, wir sind heute bei einem Hundertsüchter und da kommen sie auch schon angerannt von Exotik-Bullsorien Guck, hier kommen sie Leute Ja Aber guckt mal an Leute Komm her Das sind auf jeden Fall die Hunde Leute, aber Ja, die Geschichte bisschen dahinter ist dass bei dem letzten Züchter, wir uns nicht ganz einig waren, ob wir wirklich einen American Staffordshire kaufen möchten oder ob wir doch lieber erstmal noch ein bisschen nachgucken und uns vielleicht eine kleinere Rasse suchen. Ich finde die kleine Maus ist so süß. Ich zeig euch auf jeden Fall Leute viele Hundeaufnahmen Komm her Mausi Und so sehen die auf jeden Fall aus wenn die zwölf Wochen alt sind. Die kleine Maus hat auch eine ganz besondere Farbe. Ich finde sie ist absolut süß Sie ist einer der echt hübschsten Babys, die ich jemals gesehen und mein absoluter Favorit da kommen sie schon ist der Maas. Der ist auch braun und der sieht so ähnlich aus wie die Hayley hier Guckt euch mal den hier an Leute, ihr könnt ja mal sagen was ihr von der Hunderasse haltet Ich lass einfach mal ein bisschen die Bilder für uns reden Leg ein bisschen Musik dahinter und dann könnt ihr euch das mal angucken Guck her Hier ist der Maas Ihr seht schon Leute die Hunde sind auf jeden Fall wild am Start Ich muss sagen es ist 500 Kilometer von Berlin jetzt entfernt also das heißt ja wir haben eine riesen Strecke auf uns genommen und der Züchter Der Züchter ist ein ganz besonderer das heißt er gibt auf jeden Fall sehr viel Wert darauf dass die Hunde gesund sind und deswegen bin ich auch diese riesen Strecke dorthin gefahren Ja ich würde euch gerne die alle mal ein bisschen einzeln vorstellen dann kann ich euch die mal ein bisschen zeigen aber wie gesagt ich bin heute da weil ich mir eigentlich die Eltern angucken will und herausfinden will ob das die richtige Rasse ist und bis jetzt bin ich echt verzaubert ich habe nämlich schon einen Liebling echt gefunden das ist der Maas der hat so einen coolen Körperbau und so ein schönes Gesicht den zeige ich euch jetzt Leute Leute hier ist der Maas von dem ich gesprochen habe ich finde, kommt guckt euch mal dieses Gesicht an absolut schon verliebend und ich wäre am meisten an einen von denen interessiert Schreibt mal gerne rein welche Farbe ihr am schönsten findet wir haben ja auf jeden Fall noch eine Range wir haben Batman und auch die kleine Maus hier und auch die kleine Maus hier Was hast denn du hier zu melden Kleiner? Wie alt ist sie jetzt? Wie alt ist sie jetzt? Ich habe mich schon auf jeden Fall viel mit dem Züchter unterhalten hier ist auf jeden Fall der Vater der hier gerade kommt vielleicht zeigst du dir mal ein bisschen der hat auch auf jeden Fall drei Farben und der ist dann gepaart mit einer die schwarz ist aber bei denen ist es so unterschiedlich dass sie jeder der eine Farbe in sich drinnen trägt quasi auch wieder Kinder bekommt in vier, fünf verschiedenen Farben also es kann wirklich alles dabei sein ja ich finde die Hunderasse extrem cool weil die echt extrem bullig ist und die echt nach was aussieht und einfach übertrieben herzhaft ist guck dir die kleine Maus an wie sie rennt und ich finde die sind einfach so so herzliche süße Hunde den finde ich jetzt echt der aller kurzste ja du kleine Ratte mit denen kann man auf jeden Fall übertrieben spielen und was ich bei den Hunden halt extrem süß finde ist absolut dass sie so tapsig sind und Leute wie findet ihr den? genau so bullig genau so deine Wurst du bist ein ganz toller komm mal her hier zeig dich nochmal Mausi komm her komm her komm her komm her ja 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 willst du Kamera hä? Stecki komm mal her hallo oh jetzt kommt wieder Limo du willst wieder auf mich springen hä? und hier kommt der Batman ich musste natürlich alles noch mit Angie abklären Angie und ich wollen vielleicht auch in Zukunft zusammenziehen das ist auch eine Geschichte die vielleicht noch auf euch zukommen wird die die wir dann haben wollen die wird ja erst geboren aber ich musste erst mal kennenlernen die Eltern hier kennenlernen den Züchter kennenlernen und da wollte ich euch jetzt mitnehmen ist auch ein spontanes Video ich habe gar nicht damit gerechnet dass ich heute drehe deswegen sehe ich vielleicht auch ein bisschen komisch aus aber ich glaube euch mal so auf dem Laufen zu halten los Leute beim letzten Mal haben auch auf jeden Fall viele gefragt wer denn der Züchter war ich habe das damals nicht gesagt weil ich nicht ganz selbst damit zufrieden war und den Kontakt weitergeben wollte heute mache ich das auf jeden Fall weil ich bin bis jetzt sehr angetan und ich finde die Hunde einfach sehr sehr toll ich weiß nicht wie ihr das so seht ein kleiner Batman und zwar heißen die Stone Bull ich werde euch die unten auf jeden Fall auch verlinken da könnt ihr gerne mal auf die Webseite gehen ich freue mich echt Leute ich muss Angie noch vielleicht ein bisschen überzeugen kannst du Sitz mein Freund hör mal auf mich ja Sitzkanne das ist ja schon Platz jetzt ich werde sie jetzt mal anrufen über FaceTime und ihr mal die kleinen Würste zeigen deswegen machen wir das jetzt mal hallo hallo ich mach grad Video und ich zeig dir mal die kleinen Würste was guck mal hier siehst du die das ist sogar die das ist sogar die die du haben wolltest die kleine hat sie einen grauen Schwanz einfach? oh ja doch hat sie echt oh oh sie sind ja ich zeig dir nochmal die anderen guck mal hier hinten zum Beispiel die feier ich voll ja die sind krass oder ja der ist richtig schön ja sie ist absolut toll sie ist jetzt zwölf Wochen alt also so alt wie man sie quasi abholen würde ich glaube ab acht Wochen könnte man sie mitnehmen dann nehmen sie mit die bleibt hier beim Züchter ja der ist jetzt richtig schön guck mal sein Gesicht, seine Augen echt krass oder? ja was sagst du? will ich haben ich rufe dich gleich auf jeden Fall nochmal zurück ok? mach das ciao oh guck mal ey du bist der coolste du bist der coolste und jetzt wird quasi verpaart dass man eine längere Schnauze mit einem perfekten Körper quasi verpaart damit das beste Produkt bei rauskommt wie zum Beispiel er hier er ist quasi so ein perfektes Produkt mit langer Schnauze und guten Körperbau ja das gefällt dir ne und deswegen hat man ihn hier mit einer längeren Schnauze mit dem perfekten Körper verpaart ich habe jetzt nicht die perfekten Fachbegriffe verwendet aber ich hoffe man konnte das verstehen und ja jetzt wird noch ein bisschen gekuschelt Leute was ist das denn jetzt? man kann mit ihnen kämpfen wie man will und sie sind einfach entspannt so Leute ich bin jetzt nochmal alleine mit der kleinen Maus in ihrem Bereich hast du hier ein Spielzeug? machst du das gerne? nö machst du nicht? machst du das? ne Leute guckt euch immer so süß im Maus an bist du am Knurren hier raus? ja komm zeig mir was du kannst die riechen immer noch so nach kleinem Hund die riechen alle gleich immer mit ihrem kleinen Speckbauch guckt euch mal an was die schon für kleine Muskeln hier am Start hat obwohl die erst so eine kleine Wurst ist magst du das Ding hier lieber? ja ja beiß dich mal richtig fest du hast möglich auch du machst du da mal das ist ein australian Shepherds oder das soll die so noch so schlau sein ohne Flügel das ist schon krass ja 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 guckt euch mal an die kleine Maus die jetzt hier eingeschlafen ist so Leute ich will euch nochmal hier ein paar Mixer zeigen hier sind auch alle tricolor hier könnt ihr zum Beispiel ein paar Farbvariationen sehen hinten ja wie der Maus und hier hier sind echt paar echt hübsche dabei ihr könnt ja mal kommentieren welchen ihr von denen hier nehmen würdet oh süß ich bin so müde damit sind wir raus wir haben uns noch ein bisschen mit dem Züchter unterhalten und ähm ja ich muss sagen mega süße Rasse ihr könnt gerne mal reinschreiben ob ihr einen von so welchen ja süß findet oder ob ihr ihn auch ähm mir gönnen würdet ihr könnt gerne mal reinschreiben Leute und dann würde ich sagen lasst auf jeden Fall ein Like da wenn ihr mehr davon sehen wollt wenn wir ihn kaufen dass wir das richtig verfilmen ich hoffe auf jeden Fall euch hat es gefallen lasst auf jeden Fall ein Like da kommentiert gerne welchen ihr am süßen fandet und abonniert mich gerne Leute bis zum nächsten Leute und Ciao